Untertitelung. BR 2018 22 Rollen waren es. Wie viele Meter? 320 waren es genau. Diese Rolle haben wir natürlich nicht. Die haben wir noch nicht? Gut. Fred, zieh die ein bisschen mehr rüber. Wir haben da noch Luft. Wir haben da genug Luft. Wir können noch mehr. Hände hier. Wir werden jetzt nicht nervös. Wer gibt denn noch? Wir haben hier keine Hände mehr. Hände, Hände, Hände. Das ist schlecht. Bitte, bitte. Jetzt wollen wir dich jetzt. Jetzt wollen wir dich großen Bogen und dann hast du in die Kante. Wir machen eine Schleife, nein. Nein, wir machen eine Schleife, nein. Das stimmt was nicht. Personal. Stopp. Das ist der letzte. Siehst du, der hat hier... Der lehrling. Der hielt sich auch gut an. Wir können den Hochkant legen. Das ist der Brezell-Look. Das ist der Brezell-Look, ja. Ich glaube, ich gebe durch. Drei, zwei, ein. Ja, leg sie, leg sie, leg sie, leg sie hin, leg sie hin, leg sie hin, leg sie hin. Da hätten wir hingestrophen. Jetzt ist der Jubel ausgeflieb oder was. Ne, wir haben nur da abgehört, damit sich das passt. So, hier. Das wurde schon abgehört. Ach so, alles klar. Das muss ja irgendwo freigemacht werden. Wir waren auf den letzten Metern mit der Currywurst. Man kann sehen, der Rost ist voll. Wir haben nicht mehr braun aufgebracht. Aber wir hatten Sicherheit eingebaut. 150 Kilo galt es zu schlagen. 200 Kilo hatten wir. Also das sind maximal zwei Kilo, würde ich schätzen, was da zurückgeblieben ist. Also sind wir bei circa 198 Kilo. Weltrekord um 37,5 Kilo überboten. Ich denke, das sollte gelingen. Fassen kann. Ich denke, wir haben die größte elektrobeheizte Gründelfanne der Welt gebaut. Wir sind bei einem Unternehmen, das beschäftigt, was Großküchen baut. Und haben eine kleine Sonderanfertigung gebaut. Und das werden wir gleich in Betrieb nehmen. Also ich glaube, so einen großen Rost gibt es selten. So eine große Gründelfanne auch nicht. Also werden wir schon was Besonderes zustande gebracht haben. Der Anlass ist, unser Kollege, der Fritz, geht in Rente. Er hat 16 Jahre den betriebseigenen Imbiss geführt. Und hat in 16 Jahren 250.000 Currywürste verkauft. Am Tag 50 Stück. Und da haben wir gesagt, für dich machen wir eine kleine Abschiedsfeier. Und dann ist uns die verrückte Idee gekommen. Man hat natürlich nicht eine Garantie. Aber die kritischen Punkte haben wir alle überstanden. Es gibt noch einen kritischen Punkt, wenn wir die Wurst in die Pfanne absenken. Und dann müssen wir halt sehen, dass man da ganz vorsichtig zustande geht. Und dann wird das alles klappen. Ja, wenn die Wurst zu tief eingeschnitten worden ist, könnte sie da nochmal reißen. Dann wäre sie nicht mehr am Stück. Aber wir sind ein guter Ding. Jeder Kollege hat sich gute Mühe gegeben. Und es wird schon klappen. Ja gut, wir sind angefangen und haben gesagt, wie viel wollen wir eigentlich machen. Und dann hieß es ja, wir googelt. Und dann haben wir gefunden, die längste Currywurst der Welt ist 50, 55 Meter lang. Den galt es zu schlagen. Aber dann haben wir uns bei Guinness angemeldet. Und Guinness sagt, die längste Currywurst der Welt machen wir nicht. Weil da könnte ja jeder kommen mit einer längsten Wurst. So viele Kategorien machen wir nicht. Wir haben aber einen Weltrekord mit Currywurst. Der wurde 2008 von VW aufgestellt. In einem RTL Spendenmarathon. Und die haben dann gesagt, okay, 150 Kilo servierte Currywurst. Und diese 150 Kilo servierte Currywurst werden wir jetzt schlagen. Wir haben genug Leute zum Essen. Wir werden gleich mal schauen, wie viele Wolfenbütteler gekommen sind. Wir haben unsere Mitarbeiter dabei. 400 Männer und Frauen, die im Unternehmen arbeiten, der Firma MKN. Und ich denke, wir werden die Wurst schon loswerden. Und ich denke, wir werden die Wurst schon loswerden. Alle ganz langsam. Zieh langsam und runter. Langsam. 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 Sie schwimmen! Wuhuuu! Oh wow! Wuhuu! 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 Hier! Super! Ich auch! Geschafft! Mario! Super! Ich habe in Anführungsstrichen nur die 108 Liter Soße gekocht. Und der Federführer vom Herrn May hat die Veranstaltung betreut. Die haben mehrere Probeläufe gemacht. Da ist mit dem Metzger zusammengearbeitet worden. Hier wirklich schön sowohl die Köche als auch die Entwicklung. Weil so ein Ding zu bauen ist einzigartig. Und ich habe eine Gänsehaut von oben bis unten. Das ist einfach großartig. Das Ding heißt halt Currywurst. Und es muss die Wurst gut sein. Es muss auch die Soße gut sein. Es geht halt nur zusammen. Und deshalb kommt es auf beides an. Etwas Gutes dabei raus. Und wir haben also alles in allem, glaube ich, ein halbes Jahr Planungsphase gehabt. Und jetzt dann zum Schluss, die letzten vier Wochen waren ganz schön anstrengend. Wenn Sie jetzt ein paar Jahre stattfinden haben. Und dann nach der winkere Musik. Wenn Sie die Nachfrage haben. Wenn Sie die Nachfrage waren. Was für eine Sache Leave-Udah? Wenn Sie wieder total sind. Was für eine Sache haben. Wenn Sie das Gruppte schon einmal gucken. Dann nach der Stelle. Wie wir die Nachfrage machen. Alle, alle Arten, ja? Ich mach jetzt diese Kürbelwurst fertig, ja? Die halbieren wir, weil die so lang ist, ja? Das ist aber keine von der Weltrekordwurst, ja? Nur Trügel. So, drei mehr, weil heute Fehrabend ist. Guten Appetit! Ich bin unterwegs. Alles Gute? Reinspeisen. Das sind Hug-Furtösen, das Beste auf der Welt, was es gibt. Weltformat. So, komm jetzt raus. Kreise habe ich. Ich habe auch das Betriebsrestaurant bei MKN geleitet. 16 Jahre mit meiner Frau zusammen. Hatte tolle Mitarbeiter. Ohne die alles nicht möglich gewesen wäre. Entschuldigung. Das ist, das ist zu viel für mich heute. Tut mir leid. Ich hatte einen Abschied heute in der Kantine. Da kann man nicht unbeliebt gewesen sein. Blumen und was ich alles gekriegt habe. Das ist zu viel für mich. Wir müssen entschuldigen, aber das... Ich habe in einer großen, bekannten Schlachterei, Bartels hier gearbeitet. Und er hat aus Altersgründen aufgegeben. Und da kam die Firma MKN und sprach mich an, Kantine zu machen. Und dann bauen wir ja einen Grill. Und so fing die Sache hier ein. Ich bin 65 geworden letztes Wochenende. Ich bin eben jetzt im Rentenalter. Habe 51 Jahre und vier Wochen gearbeitet. Habe ich nicht? So. Ja. Die Currywurst sollte groß sein wie unten. Also wir wollen so ein Stück heißen. Also wir haben Currywurst. Nett, wenn da so ein paar einführende Bauern vollzieht hier. Die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Alles klar? Alles klar. Und geht an. Jetzt gerade langsam rauslaufen. Langsam. Ja. Mach mal eine Höhe. Wir müssen nicht hochheben. Versuch mal ein bisschen tiefer zu kommen. Tiefer, 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 tiefer. Vorsicht. Fritzschoppel. Ja. Nein, nein. Wenn man durchguckt, ist man nie. Mach es so. Ja. 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 Ja, ja. 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 amazed. Untertitelung des ZDF, 2020